leg sie mal in den kofferraum rein damit es nicht an dir hängt das leckerchen verstehst geh mal auf die stanz gehen wir zurück und jetzt kannst du ein leckerchen reinschmeißen genau so jetzt warte ich jetzt bleib genau und für das bleiben schmeißt das leckerchen rein genau so dann gehst du dahin und dann gibt es ein freiheitszeichen jawohl